Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch. Heute ist der 16. November 2022. Es ist 7.18 Uhr. In zwölf Minuten geht erst die Sonne auf, deswegen habe ich sehr viel künstliches Licht an, da das natürliche Licht erst in zwölf Minuten seinen Antlitz zeigt. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ja, 6.20 Uhr war ich wach. 6.30 Uhr hatte der Wecker geklingelt. Ich war jetzt im Bad. Sport mache ich heute nach der Arbeit, weil ich jetzt ins Büro gehe und noch früher aufstehen wollte ich nicht. Und ich glaube, in dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde, wäre ich gar nicht fähig, Sport zu machen. Naja, machen wir heute Abend alles. Ich bin irgendwann um 13.30 Uhr wieder zu Hause. 14.00 bis 15.30 Uhr ist nochmal ein etwas längerer Termin. Und dann 16.00 Uhr wieder streamen. Wir haben gestern ein Spiel angefangen. Wie heißt es denn? Pentiment. Ja, sah ganz gut aus. War vielleicht für den einen und die andere ein bisschen langweilig und sehr textlastig. Aber ich mag den Stil, den das Spiel hat, schon sehr gerne. Wir sind irgendwo im 15. oder 16. Jahrhundert. Wir spielen einen Maler namens Andreas, der in einer Kirche wahrscheinlich die Druckwerke mit Zeichnungen verschönert. Und wir sind gestern, naja, nicht so weit gekommen, haben halt viel gelesen, haben uns umgeguckt. Wie gesagt, der Stil ist besonders. Es sieht halt aus wie in so alten Büchern, so wunderschöne Zeichnungen. Aber grafisch ist das natürlich für manche vielleicht nicht so ansprechend. Es gibt sehr viele Texte zu lesen, sehr viele Dialoge zu führen. Es ist nichts vertont. Das heißt, ich lese alles vor, verstelle ab und zu mal meine Stimme und bin schon mal gespannt, was heute passiert. Wir sind jetzt in der Abtrei angekommen und haben schon versucht, mit den Nonnen zu reden. Aber die haben uns schon gesagt, nee, wir dürfen nicht mit Männern reden. Geh mal weiter. Und dann denkt man sich so, hm, okay, ist eine andere Zeit. Und wir haben unseren Vorschuss gekriegt, damit wir die Miete früher zahlen können, damit unser Vermieter, unsere Vermieterin, ihre Steuern an die Abtei wieder früher zahlen kann oder so. Ja, naja, gucken wir mal. Heute 16 bis 18 Uhr geht's weiter, morgen auch nochmal. Und dann schauen wir mal. Ansonsten, Arbeit, freue ich mich natürlich wieder, ein paar Kolleginnen und Kollegen zu sehen, gemeinsam in die Mittagspause zu gehen. Und ich bin mal gespannt, was heute noch alles so an Terminen ansteht. Um 9 ist einer, um 10 ist einer. Wie gesagt, 14 bis 15, 30 ist einer. Und ich glaube, zwischendrin gibt's auch nochmal einen Termin mit meinem Chef. Wegen Rücksprache zu Steckbriefen, die wir für die agile Transformation brauchen. Ja, that is it. Irgendwo ging eine Tür. Hier sind also auch schon Leute wach im Haus. Ich werde mich gleich mal auf die Straße bewegen und dann, wie gesagt, ins Büro gehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Wochenmitte, ein angenehmes Bergfest. Und ja, wir hören und sehen uns, wenn ihr mögt, heute Nachmittag oder morgen beim nächsten täglichen Vlog. Morgen auf YouTube, heute Nachmittag auf Twitch. Also, ich bin raus. Und versuch mal wach zu werden. Ich hoffe, wenn ich jetzt ins Büro laufe, dass ich dann einigermaßen zu mir komme. Das wäre ganz schön. Gut. Dann, schönen Tag, ihr wünscht. Tschüssi. Ich muss jetzt wieder wie gestern eine Punktlandung schaffen, mitten im Satz. Egal.